Lauf hineingeht. Wer miterleben will, wie ein echter Champion auftritt, sollte sich diesen Mann ansehen. Einfahrt in die erste Kurve. Ein Sprung in die Erdumlaufbahn. Boah, unfassbar lange in der Luft geblieben. Auf dem Weg zum Sieg. Jetzt gilt es, die Konzentration hochzuhalten. Einfahrt in die scharfe Kurve. Und die Führung. Es ist wichtig, das jetzt auch durchzuziehen. Gewaltiger Satz. Viel Airtime. Unglaublich. Gute Vorstellung. Die Konzentration darf aber bis zum Ende nicht abreißen. Mit Speed zur nächsten Kurve. Wow, ein riesen, riesen Satz. Ja, kann denn das wahr sein? Das war einfach gigantisch. Da hatte man wirklich das Gefühl, den Wintersport der nächsten Generation zu sehen. Damit hat es seinen Mitbewerbern ein klares Signal gegeben. Seine Message lautet, der Sieg geht nur über mich. Das war einfach. Reden, die Sieg geht nur beherrsend. Und das war immer nur noch bei den Eingriffen.